Wir sind RWE! Wir sind RWE. Ich bin hier mit Sascha, Frank und Uwe. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Schlecht. Ein von den schönsten Flugball-Kopfballtoren dieser Saison haben wir gesehen. Völlig frei, senkrecht in der Luft. Es war sehenswert. War nicht der eigene Mann, aber es war wirklich schön. Und bei dir? Ja, ich kann nicht mehr dazu sagen. Das ist schon perfekt formuliert. Wir haben schlecht gespielt, aber trotzdem haben wir ein goldenes Tor geschossen. Festhalten. Holmberg hat ein Tor geschossen und RWE hat gewonnen. So muss das sein. Unsere Konkurrenz hat sich auch sehr schwer getan. Münster hat 1-0 gewonnen, glaube ich. Und Fortuna Köln auch leider. Wir haben uns in den ersten 45 Minuten ein bisschen schwer getan, würde ich jetzt sagen, oder? Ja, wir haben uns nicht nur 45 Minuten schwer getan, wir haben uns 90 Minuten schwer getan. Aber mit Holmberger Hilfe haben wir sie natürlich geschlagen. Absolut. Also Hauptsache drei Punkte mitgenommen. Das ist die Hauptsache. Das war das Ziel. Nur der Willen. Gut abwischen. Weiter geht's. Alles klar. Ich danke euch. Ciao. Dankeschön. Ciao. Ciao.